CorroDin-Schrauben sind wirklich in allem drin. Vom Spielzeugauto über dem echten Auto, im Flugzeug, im Zug, im Motorrad, im Mikroskop, in allem finden sich Schrauben. Und die CorroDin-Schrauben haben die hohe Qualität, dass sie eben auch für Luft- und Raumfahrt zugelassen sind. Wir sind eine ganz nette Truppe. Es macht mir einfach Spaß, mit meinen Kollegen hier zusammen arbeiten zu dürfen. Mir gefällt hier die Vielfalt, also dass du quasi eben, wie gesagt, jede Abteilung durchläufst. Dass ich quasi mal den Einkauf gesehen habe, den Verkauf. Hier im Lager bin ich ja auch ab und an mal. Mit einem guten Gehalt alleine bekommt man die Leute heutzutage nicht mehr. Die Firma an sich muss die Leute ansprechen, das Team muss funktionieren. Das Wichtigste bei uns ist tatsächlich, dass die Leute, die hier arbeiten wollen, mal ein Praktikum bei uns machen und die Kollegen kennenlernen. Mir ist es ganz, ganz wichtig, und das sage ich auch den ganzen Kollegen immer, den Auszubildenden so zu behandeln, als wäre es das eigene Kind. Das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen blöd an, aber ich sage das zu den anderen. Mit dem eigenen Kind würde man anders umgehen als mit einem Fremden. Einen eigenen Kind erklärt man etwas dreimal und ist danach nicht irgendwie sauer. Ich bin tatsächlich auch für die Jungen, die hier reinkommen, wie Tutor. Wenn die Fragen haben, wenn die irgendwo Schwierigkeiten haben, hier im Betrieb irgendwo Schwierigkeiten, weil die irgendwelche Zusammenhänge nicht verstehen, dann bin ich für die auch ansprechbar. Ich habe hier auch vieles für meine Persönlichkeit dazugelernt, wie ich eben besser mit Menschen umgehe oder mit ihnen rede, auf jemanden zugehe oder halt am Telefon halt telefoniere, aber auch sonstige andere Sachen. Wenn ihr eine Ausbildung machen wollt im Groß- und Außenhandel oder im Lager, meldet euch bei der Korodin in Nürnberg. Vielleicht sehen wir uns ja demnächst. Bis zum nächsten Mal.